Das ist extrem bei dir. Deine Empfindlichkeit ist voll hoch eingestellt. Ja. Ja, warte kurz. Ich muss kurz hier noch nicht... Ja, das kann ich nicht mehr. Ja, jeder andere Tom ist fertig. Oder was hast du für ne Maus? Äh, ne Fujutsu Siemens. Stimmt, das ist ne alte, ne? So ne klickgeile Maus. Ja. Alte klickgeile Maus. Warum hab ich jetzt Dauersenden an? Was ist das wieder für ne Scheiße? Kommt auch, weil die Vögel am Zwitschern sind, dann ist das sowieso klar immer noch. Die ollen Vögel, die... die Zwitschern, oder? Die tweeten. Die tweeten. Die schreiben auf Twitter. Ja, ne, die tweeten... Ne, die tweeten schon selber so. So? Was? Mach ruhig weiter mit der Maus, wir beschweren uns schon wieder. Jetzt hab ich das wieder runter geregelt. Feiner, Junge. Du kriegst nen Ordenspreis. Jetzt fängt er noch die Kirche an zu leuchten. Okay, wir haben 19 Uhr. Irgendwann kriegst du echt noch was von uns. Ne Auszeichnung. Wenn du weiter so von uns hörst. Besten Let's Player, ne? Ne, wenn du von uns hörst. Der gehorsamste Let's Player. Ah. Ja, Let's Player eher weniger. Macht ja kaum was. Der gehorsamste Mitspieler. Mitläufer, Mann. Mitläufer, einfach nur Mitläufer bist du. Hm. Nein. Er will ja immer was machen und irgendwie... Keine Ahnung. Ja. Krieg das nicht gehen. Ach Johnny, ich muss nachher mit dir was bequatschen. Muss wir mal. Centus weißen das, ne? Scheint so, ja. Was, was ich da gesagt hab mit dem Server da. Naja. Ist ja keine schlechte Idee. Wollte denn machen? Wollte denn nicht eine Aufnahme machen? Äh. Wir brauchen ja noch nicht eine Aufnahme mit Zeit 10. Okay. Wenn das nicht klappt und so. Oh mein Gott, ein Baum mit Spinnenweben da. Weil wenns klappt, wärs geil. Hm. Lalalalalala. Tralalalalala. Warte, wie viele Leute bei Skype immer on gehen. Das ist beschissen. Hm? Bei Skype. Was ist damit? Siehste immer, kommt online, kommt online, kommt online, kommt online. Naja. Naja. Du musst ja immer auf Beschäftigtmodus machen. Na egal. Naja. Ich bin ja auf Offline, auf Offline Anzeigen und wenn ich auf Beschäftigt bin, da brauche ich nachher nicht mehr drauf gucken. Naja. Hey. Das hat Benni flogen. Das hat Benni flogen. Das hat Benni flogen. Ich weiß doch gar nicht, was die Mauer bringt. Ob da irgendwas besonders ist? Dahinter sind schwere Gegner. Noch schwere? Fett. Ja, ja, ja. Hey Johnny, ich kann die Truhe nicht öffnen. Lagt. Ja, es leckt das Server. Nicht, dass der Server grad abschmiert. Hast du wieder fein gemacht, Johnny. Ja, ja. Nein, ich kann wieder Truhen öffnen. Doch, ich geh grad ganz normal hier durch, also. Ja, aber manchmal musst du so extrem laden, dass das passiert. Ja. Lauf mal normal. Johnny, Johnny, du baust nur Scheiße, echt. Johnny, du machst nur Mist. Oh, eine Hexe. Eine Hexe? Was? Bist eine Hexe? Bist eine Hexe? Bist eine Hexe? Hey, du. Du bist eine Hexe. Hex, Hex, Hex. So, Johnny, die Hexe. Jetzt geht's schneller, weil ich glaub ich über alles halte. Oh, deine Glocke eben hat man vorgehört. Düng Düng. Ja. Ja. Hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr die Kirche? Naja, geht aber. Jetzt leckt er schon wieder. Ein bisschen ab und zu. Oh, jetzt wird's lecken. Ja. Ja. Du das auch. Ja, weil du so voll rar hast. Musst du das eigentlich immer mitten in der Aufnahme machen? Ja. Geh nach Hause, Rieder. Alter. Jetzt. Das ist nicht mehr Fire, Rieder. Vier Sekunden gerade dazwischen. Aber besser als der alte Server. Der hat ja schon mal eine halbe Stunde geleckt oder so. Na gut, ausnahmsweise geb ich dir da mal recht. Wenn man zehn Blöcke gelaufen ist, hat der schon geleckt. Mhm. Aber so leckt das auch extrem. Ja. Weil du bist da am Laufen. Ja. Was machst du? Die Hälfte haben ich schon hinter dir. Ich bin bei minus 4000. Ja, wo machst du das jetzt in der Aufnahme? Oder? Helling. Doch, das... Boah, das Fenster zu. Ich hab mein Fenster zu. Boah. Ich bin jetzt zehn Meter entfernt. Das wird's erwarten, Alter. Ach so. Meine Güte, hast du ne beschissene Lage. Das leckt schon wieder. Meine Güte, er ist beschissen. Ich muss noch hören, wenn du noch schule ist, Alter. Ich hab dir in der Realschule und im Gymnasium mit 100 Meter Entwärmung. Johnny, das ist nicht mehr feierlich, ne? Weißt du das? Lauf mal ganz normal. Lauf doch ganz normal, ohne Scheiß. Nee. Ich warte sogar immer, bevor das... Das ist... Leck. Das ist... Ja, das dauert. Äh, warum ist grad die Zeit umgesprungen? Ja, weil das so leckt. Darum. Toll, ich wollt grad... Ach nee. Wird jetzt erst dunkel. Ich will meinen shiny Trank ausprobieren. Ich will leuchten. Ich seh das auch wieder, dass das leckende Töte steht wieder. Das ist nicht lustig, Johnny. Jetzt macht sie weiter. Und jetzt ist die Zeit schon wieder hochgesprungen. Ja, weil das so extrem leck grad. Ich kann jetzt warten. Doch, jetzt wird's nachts. Jetzt kommt der Mond raus. Ja, ich seh's aber. Das ist ja gleich wieder... Jetzt geht's grad. Ja, jetzt geht's grad. War gerade so. Ja, 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 ja. Na, na? Na, na? Na? Na, 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 na? ist wenn du hier bist bei dir weiß gar nicht bei dir fällt das glaube ich auch eher ein weniger auf aber hier kannst nichts machen was das blöde ich glaube ich bin ich stehe auf der stelle was hast du denn für eine wendertistens fahrer auf mc my altman gerade nicht aufkommt wenn er das ist ein zombie in meinem loch ist größer nicht ins loch kommen wir gegen mich mehr bandagier dich woanders ein das ist jetzt leuchtig oder leuchte ich nicht das ist doch ein bisschen blöd das kann man gar nicht sehen so langgeblich leuchten keine ahnung glaube ich nicht so doch nicht aber was scheine ist erleuchten komisch oder kann man im dunkeln sehen wir kommen weniger aus kann man wenn man jetzt unterhalb besser sehen ja wohl zu was ich ihn teleportiert und ich kann eben da nicht mehr aus das mit dem trank ist aber blöd ich dachte das wäre super gewesen ist einfach nur blöd doch doch ein zöhn wie ein zöhn wie ein zombie nachher kommen mach mal schneller ich brauche noch mehr ferros 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 hat ein gemma in einem dorf gefunden wo die dorfbewohner noch leben ich glaube ich habe noch gar kein doch gefunden ach doch ich habe einen kleinen ganz kleines so von männern weil das anfangsdorf ist ja komplett down ist ja aber da leben die noch am anfang nicht bei mir aber dir weil ich müsste mich mal mit den herren unterhalten das was ich für gute sachen haben naja brauche ich jetzt nicht alles gut noch wieder bei mir das war der henschnuppe so komme ich gar nicht mehr mit die sound sind sowieso mit minecraft sounds dann hast du leute die labern nur schrott und dann noch gleichzeitig musik laufen ich habe sowieso alles etwas leiser eingestellt wo mein kommt sowieso auch her ja du musst dich da noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen das ist das ja das ist jetzt nicht das problem nur ich habe mein kopf sowieso allgemein leise gestellt hast du das aber warum geht das ferros nicht so richtig was brauche ich denn dafür man ist das blöd so in den inductions melderein er würde ich mir auch denken denkst du dir bei dir bestimmt auch ne klar bei mir ist das normal ja ich meine wie sich das anhört so rum ey hast du einen normalen masturbator noch bei dir ne na klar votary wie ist das ja es funktioniert mit dem votary masturbator nicht äh ferros ohr zu pulverisieren mhm das ist natürlich nicht geil stinker ja wie heißt der nochmal vom firma expansion pulverisieren pulverisieren pisten pisten und flinties da kann ich jetzt weiterlaufen oder naja jetzt kannst du wieder ein stück weiterlaufen boah direkt am lecken wie es rausläuft alter hey too long whiteout jele ding ja ein fehler bei einer turtle zu lange keine funktion gehabt auf ein gewisses programm hier ist tempel der sich freut man für den tempel das ist ein riesen Teil man turtle achten ich glaube das brauche ich zu meinem hause ich zwei ungefähr 4.000 weg von euch entfernt aber ist auch gut ist ja egal ich weiß gar nicht haben wir äh quantum äh quantum den quantum mod drinnen quantum rüstung an ne 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 den quantum mod keine ahnung ich hätte auch so viele mods reingetan ich weiß auch schon gar nicht mehr vom herr könig ne ist nicht drinnen nein weil da könntest du den chunk einfach kopieren komplett den ganzen chunk okay und dann kannst du den chunk eine andere position wieder hin teleportieren und er hätte johnny ja sein haus dann sozusagen da ja für mich wollte damit müssten wow mit world edit so kann man ja auch machen so ist das ja nicht das geht ja weil ich hier so ein plug in matt drauf ist ja wenn wir machen kann wird drauf genau boah dieser scheiß walker king macht mich grad voll fertig der lisa mann 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 johnny weekly click 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 ja dann darfst du halt nicht reden wenn du wenn du klickst okay einigen wir uns da drauf er braucht nicht reden bis hier pistons der walker king das ding in hand genommen hast oder was so lange mein kopf nicht abstürzt würde ich mal sagen bald dann ist das nicht ein problem vom mod sondern von dir das ist ja ja ich glaube das ist von dem mod ja